Oh Leute, heute haben wir was richtig seltenes drin und damit erstmal herzlich willkommen zu einem weiteren Shop-Video, natürlich hier auf meinem Kanal. Für jeden Tag zeige ich euch auch heute den neuen Fortnite-Shop und wir gehen direkt erstmal an den Anfang, wo wir mal wieder den Midsommermidas drin haben, also das gesamte Paket sogar. Das ist einmal der Midas-Skin, der Sommermidas quasi, dann sein Backpack, ups hier, das ist so ein, ja, so ein Surfbrett. Dazu eine goldene Hacke natürlich, eine goldene Lackierung, die sehr cool ausschaut und ein Ladebildschirm, ja, Paket ist in Ordnung. Dann ist die Zuri wieder drin, die war jetzt nicht selten, ist in Ordnung, hat auch ein Ladebildschirm und sie hat auch noch einen ganz coolen Backpack hier. Dann haben wir noch das passende Messerschwert dazu quasi, den Bushranger mal wieder drin mit allen fünf Lackierungen, Lackierungen mit allen fünf Skins und Varianten, das meinte ich, Varianten war das Wort. Dann die passende Hacke dazu und auch noch den Grimmer und die passende Hacke davon, wo ich immer sage, dass das ja eher so Halloween-Style ist. So, wir haben aber noch was richtig Seltenes, dazu kommen wir gleich erstmal hier. Die Raben sind alle wieder da, also auch Verwüstung und die Backpacks dazu, die Hacke dazu, der Gleiter und natürlich auch der Trail. Äh, dann haben wir noch das Uncharted-Paket, ja, äh, jetzt nichts Spannendes, würde ich sagen. Äh, Among Us, auch gestern schon drin gewesen, also haben wir auch schon gemerkt. Astra ist heute wieder drin für 1,5 und ich habe gerade schon gesehen, das erste seltene Item ist die hier, die geht so von der Seltenheit. Die Detektivin war jetzt seit 301 Tagen, also medium selten, nicht im Shop drin, was jetzt aber gleich richtig selten ist, äh, nach der Sternenhacke, nämlich hier einmal der Hitzkopf. Der Hitzkopf war jetzt seit, na ne, der war jetzt auch nicht so selten, seit, äh, 326 Tagen, also auch medium selten. Und zwar das richtig seltene ist hier das Fernglas aus Season 8, war jetzt seit 933 Tagen nicht im Shop drin, also rip an alle, die diesen Emote hatten. Ich hatte mir auch damals gekauft, ein Season 8 Emote, rip an alle OGs hier wirklich, ähm, der war richtig, richtig lange nicht drin. Ist sogar ein ganz cooler Emote, mit diesem Auge, was hier vorne rausschaut, also der ist heute wieder drin, rip an der Stelle, Jubelstimmung ist ebenfalls wieder drin aus Season 3. Ähm, ja, aber Fernglas, wie gesagt, mit 933 Tagen wirklich heute was richtig seltenes im Shop. Äh, ansonsten, äh, Spider-Man, Dune-Paket und die anderen Pakete hier unten sind alle noch wie gehabt drin. Jo, Shop ist eigentlich ganz okay sogar, also gibt ein paar coole Sachen, wenn ihr euch da was holt, ihr wisst ja gerne, ob, ich muss mal den Credit Codes Noxy eintragen. Und, äh, außerdem noch hier der Gewinner von gestern, also Glückwunsch an dich zu den V-Bucks, ich hab ja gestern ein paar V-Bucks geschenkt, äh, dafür, dass ihr hier den Credit Code. Das Noxy eingetragen habt, vielen Dank an alle, die das immer machen und mich da quasi mit unterstützen, vielen Dank an euch. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Sonntag noch und wir hören uns morgen wieder zum nächsten Shop, also bis dahin. Macht's gut, und rein, tschüss. Macht's gut, und rein, tschüss. kingdomako iren ko still card